Herzlich Willkommen hier bei der ersten Episode vom We Love MMA Podcast. Wir hatten heute Nacht eine UFC Fight Night und deshalb ist es, denke ich, an der Zeit, darüber zu sprechen, welche Ergebnisse wir haben, was uns nächste Woche auch erwartet. Nächste Woche gibt es eine gute Fight Night und dementsprechend fangen wir einfach mal am besten kurz bei den Prelimbs an. Jessen Ayari hat gekämpft, hat leider verloren, leider relativ schnell verloren. Nichtsdestotrotz hat er wieder einen Kampf in der UFC gehabt, ist leider ein bisschen untergegangen in Deutschland, habe ich das Gefühl. Aber nichtsdestotrotz hat er diesen Kampf bestritten. Dann hatten wir ebenfalls Carlos Condit in den Prelimbs, eine UFC-Legende. Und der sah wirklich so gut aus wie schon lange nicht mehr. Schade, dass wir jetzt Robbie Lawler vs. Mike Perry sehen werden. Ansonsten wäre, denke ich, Robbie Lawler vs. Carlos Condit the fight to make. Auf der Main Card, da hatte ich vor allem auf Zweikämpfer ein Auge. Das war einmal der Fight von Jermaine Derandamy, die ja zuletzt eben noch gegen Amanda Nunes gekämpft hat. Und natürlich der Fight von Holly Holm. Denn beides sind, was Women MMA angeht, Legenden. Wir hatten eine Jermaine Derandamy, die tatsächlich einer Amanda Nunes Probleme bereiten konnte. Ich meine, klar, sie wurde geworkt, sie wurde im Endeffekt dann doch von Nunes am Boden bearbeitet, weshalb Nunes dann gewonnen hat. Aber hier hat Jermaine Derandamy etwas gezeigt. Wir wissen ja, sie kommt aus Holland. Holland ist bekannt für seinen Kickboxen. Genauso ist Jermaine Derandamy auch eine sehr, sehr starke Kickboxerin. Und wir kennen Jermaine Derandamy für ihr starkes Kickboxen. Aber diesmal hat sie tatsächlich zum ersten Mal überhaupt durch eine Submission gewonnen. Ein Kampf, der relativ ausgeglichen war und könnte nicht sagen, wer gewinnt. Aber Jermaine Derandamy sah dennoch ziemlich gut aus und hat tatsächlich mit dieser Submission in der dritten Runde gewonnen, womit, denke ich, keiner gerechnet hat. Die Frage ist natürlich, wie soll es weitergehen? Denn klar haben wir zwar am Anfang im Nunes-Fight gesehen, okay, Jermaine Derandamy hat was drauf. Sie kann nun als Probleme bereiten, aber eine Decision über fünf Runden, die eindeutig ist. Braucht es da dann ein Rematch? Also die Frage, auf die ich hinaus will, ist, sollte Jermaine Derandamy erneut einen Titelkampf bekommen? Aber vielleicht ist ihr Gegner ja auch im Main Event gewesen. Wir hatten Holly Holm vs. Irene Aldana und Leute, Holly Holm sah wirklich so gut aus, wie schon lange nicht mehr. Und ich denke, nicht viele haben damit gerechnet. Klar, Holly Holm selber sagt, sie ist da, um nochmal Champion zu werden und sie möchte nun mal nochmal Champion werden, bevor sie zurücktritt. Aber wir wissen ja, wie das ist. Auch ein Chris Whiteman schreibt heutzutage auf Twitter, dass er Adesanya im Cage so große Probleme bereiten wird, wie kein anderer Kämpfer in der UFC. Und ja, Chris Whiteman. Aber Holly Holm hat ordentlich abgeliefert. Und ich war wirklich begeistert von ihrer Performance. Und natürlich stelle ich mir dann bei ihr auch die Frage, wie geht das weiter? Klar, ich habe auf Twitter gelesen, Helwani zum Beispiel, meine ich, war das, hat gepostet. Hey, Holly Holm war so gut, wie seit dem Ronda Rousey-Fight nicht mehr. Ja. Ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall war Holly Holm sehr, sehr stark. Hat eine tolle Performance über die Zeit gezeigt. Hat immer abgeliefert. Und natürlich kann ich mir aber auch gut vorstellen, dass die UFC ihr jetzt einen Titelkampf gibt. Das ist meistens so bei Holly Holm. Das heißt, meistens reicht bei ihr tatsächlich ein Fight, um eben zum Titelkampf zu kommen. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, was für eine großartige Frau sie ist und Kampfsportlerin. Das heißt, eine wahnsinnig gute Boxerin, auch Kickboxerin, vielleicht sogar die beste weibliche Boxerin in der UFC. Sie hat auf jeden Fall auch einige Dinge bereits erreicht. Ja. Spannendes Thema. Mal schauen, wie es weitergeht. Dann haben wir am Wochenende Marlon Morales, die Nummer 1 im Band am Gewicht, versus Corey Saint-Hagen. Und das ist wirklich ein sehr, sehr geiles Main Event. Ich meine, erinnert ihr euch an Marlon Morales versus Jose Aldo? Oder Marlon Morales versus Henry Cejudo? Saint-Hagen hat in jeder Hinsicht einen Vorteil. Er ist größer, er hat mehr Reichweite, größere Beine auch, längere Beine, whatever. Aber Marlon Morales wurde von vielen irgendwie abgeschrieben. Finde ich schade. Ich meine, Marlon Morales gewinnt gegen Jose Aldo. Und was ist in der Zwischenzeit passiert? Marlon Morales hatte keinen Kampf, Jose Aldo hat einen Titelkampf bekommen. Obwohl Jose Aldo auf den Scorecards diesen Fight verloren hat. Spannende Geschichte, wenn man sich die Statistik anschaut, Saint-Hagen trifft knapp sieben Treffer pro Minute. Morales auf der anderen Seite nur drei. Dafür steckt Saint-Hagen aber auch doppelt so viele Treffer pro Minute ein. Das hatten wir ungefähr auch bei Adesanya und Paolo Costa. Das waren jetzt nicht unbedingt sieben Schläge pro Minute, aber Costa hat auch ein viel, viel höheres Schlagvolumen als Konsequenz, aber wird er selber auch viel öfter geschlagen. Corey Saint-Hagen hat zuletzt in der ersten Runde gegen Elgermain Sterling verloren. Elgermain Sterling ist der Nächste einer Reihe, wenn es heißt Wehrkämpf gegen Piotr Rian. Von dem ich auch hoffe, dass wir ihn bald wieder kämpfen sehen werden, ist mir gerade aufgefallen. Ich weiß nicht, wenn er gegen Elgermain Sterling verliert, ob die UFC dann tatsächlich auch Corey Saint-Hagen einen Titelkampf geben würde, wenn er jetzt gegen Marlon Morales gewinnt. Marlon Morales hat auf der anderen Seite, wie eben schon angesprochen, zuletzt gewonnen. Es war aber mega knapp. Deshalb brauchen wir nichts sagen. Viele sagen, es war eine Robbery, es war eine Fehlentscheidung, dass Marlon Morales diesen Fight gegen Aldo gewonnen hat, aber auf den Punktzetteln, bei der UFC-Webseite steht nun mal, dass Marlon Morales gewonnen hat. Deshalb müssen wir auch davon ausgehen, dass er nun mal auch wie ein Sieger behandelt wird. Ich habe das Gefühl, er wird eher nicht so behandelt. Nichtsdestotrotz denke ich, dass Marlon Morales diesen Fight vorzeitig gewinnen kann. Ich sehe in ihm schon einen Contender. Ich habe ihn auch gut gefunden gegen Henry Cejudo, zumindest zu Beginn des Kampfes. Danach hat sich einfach rauskristallisiert, was für ein wahnsinnig guter Kämpfer Henry Cejudo ist, wie stark er auch seinen Gegner lesen kann. Und deshalb hat Marlon Morales dann auch verloren. Aber wir dürfen nicht vergessen, auch ein Marlon Morales könnte Cejudo Probleme bereiten. Das Problem an dieser Fight Night ist, dass es einfach kaum angekündigte Kämpfe gibt. Zumindest weder, wenn nicht auf. Das Problem ist, wenn ich jetzt auf die UFC-Webseite gehe, dann sind exakt zwei Kämpfe angekündigt. Marlon Morales vs. Corey St. Hagen und Ben Roffel vs. Marcin Taibura. Und in den Prelims, Sergej Spivak vs. Tom Aspinall. Wenn ich jetzt auf Topology gehe, sind einige Kämpfe mehr angekündigt. Da reden wir auch von einem Edson Barbosa vs. Machwan Amir Karni. Wir reden von einem Marcus Perez gegen Dricus Duplessis. Ein Kämpfer, den man in meinen Augen kennen sollte. Denn wer KSW schaut oder geschaut hat, der wird seinen Namen schon mal gehört haben. Man hat auch gegen Roberto Soldeck gekämpft. Und ja, das ist schwierig. Manchmal ist die Seite nicht so aktuell gehalten. Aber, Edson Barbosa im Co-Main-Event gegen Amir Karni? Leute, für die Fight Night würde ich tatsächlich wach bleiben. Die dürfte man nicht verpassen. Aber, ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Ich danke euch fürs Zuhören. Wer von euch wird denn wach bleiben eigentlich? Schreibt es uns. Lasst einen Kommentar da, falls ihr den Podcast auf YouTube und Co. hört. Lasst gerne eine Bewertung da oder ein Follow auf allen gängigen Podcast-Portalen. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.